Was sehen Sie? Alles. Das ist mein Fluch. Oh, wie habe ich Sie doch vermisst, Holmes. Ach ja, Ihre Abwesenheit habe ich kaum bemerkt. Ich stecke knietief im bedeutsamsten Fall meiner Karriere. Womit haben wir es zu tun? Mit dem brillantesten Verbrecher in ganz Europa. Professor James Moriarty. Wenn wir ihn zur Strecke bringen, verhindern wir den Zusammenbruch der westlichen Zivilisation. Nur keine Eile. Wer sind Sie beide? Besorgte Bürger. Mr. Holmes, ich spüre, dass Sie in Gefahr sind. Wollen Sie dieses Spiel wirklich spielen? Ich fürchte, Sie werden verlieren. Oh je. Was? Ich gebe zu, dies ist nicht meine beste Verkleidung. Sie kennen meine Methoden. Also frisch ans Werk. Ihre Uhr, sie tickt. Vertrauen Sie mir. Nein. Haben Sie gerade meine Frau umgebracht? Ich habe es präzise geplant. Lassen Sie sich von mir führen. Machen Sie was draus. Ich würde sagen, das ist was. Sie wirken ein wenig... Erregt. Manisch. Das bin ich. Schon beinahe... Ekstatisch. Psychotisch. Ihnen fehlt ein Beruhigungsmittel. Das bin ich. Untertitelung des ZDF, 2020